Beginn des Wissens Sorgenlos lebte ich einst, ihr Jünger, höchst sorgenlos, unbegrenzt sorgenlos. In der Wohnung meines Vaters hatte man für mich Lotusteiche anlegen lassen. An einer Stelle blühten blaue Lotusblumen, an einer Stelle weiße, an einer Stelle rote. Und das bloß meinetalben. Nicht benutzte ich ihr Jünger andere Salben als aus Benares. Aus Benares Stoff war meine Kleidung, meine Jacke, mein Untergewand, mein Übergewand. Tag und Nacht, ihr Jünger, wurde ein weißer Schirm über mich gehalten, um nicht durch Kälte, Hitze, Staub, Strohhalme oder Frost belästigt zu werden. Drei Paläste, ihr Jünger, besaß ich. Einen für den Frost, einen für den Sommer, einen für die Regenzeit. In dem Palaste für die Regenzeit war ich während der vier Monate ausschließlich von weiblichen Musikspielerinnen umgeben, und nicht stieg ich vom Palaste herab. Und wie, ihr Jünger, in den Wohnungen der anderen, den Dienern und Knechten, ein Gericht aus rotem Reistal gereicht wird, und als zweites eine Reissuppe, so wurde in dem Hause meines Vaters den Knechten und Dienern ein aus Reis und Fleisch bestehendes Gericht verabreicht. Mit solchem Vermögen ausgestattet, ihr Jünger, mit solcher unbegrenzter Sorgenlosigkeit kam mir der Gedanke, Wahrlich, der unkundige Weltling, selber dem Alter unterworfen, ohne dem Alter entrinnen zu können, ist bedrückt, entsetzt und ekelt sich, wenn er einen anderen gealtert sieht. Auch ich nun bin dem Alter unterworfen, kann dem Alter nicht entrinnen. Indem ich, ihr Jünger, so dachte, schwand mir jeglicher Jugenddünkel. Wahrlich, der unkundige Weltling, ihr Jünger, selber der Krankheit unterworfen, ohne der Krankheit entrinnen zu können, ist bedrückt, entsetzt und ekelt sich, wenn er einen anderen krank sieht. Auch ich nun bin der Krankheit unterworfen, kann der Krankheit nicht entrinnen. Indem ich, ihr Jünger, so dachte, schwand mir jeglicher Gesundheitsdünkel. Wahrlich, der unkundige Weltling, ihr Jünger, selber dem Tode unterworfen, ohne dem Tode entrinnen zu können, ist bedrückt, entsetzt und ekelt sich, wenn er einen anderen Tod sieht. Auch ich bin dem Tode unterworfen, kann dem Tode nicht entrinnen. Würde ich also, der ich dem Tode unterworfen bin, dem Tode nicht entrinnen kann, beim Anblick eines anderen, der gestorben ist, bedrückt sein, mich entsetzen und ekeln, so wäre das nicht recht von mir. Indem ich, ihr Jünger, so dachte, schwand mir jeglicher Lebensdünkel. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020